Seacross E-65 wie er damals genannt wurde und sollte die Antwort auf die USS Alaska, die Alaska Klasse sein. Die Amerikaner haben zwei Schiffe der USS Alaska bzw. der Alaska Klasse eben gebaut und dieses Schiff hier hat es dann nie in den Realzustand geschafft. Es war immer nur geplant, wurde dann schnell verworfen, als für die Japaner klarer wurde, dass Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg eben wichtiger sind. In der Design sind damals auch Ideen, Designideen eingeflossen, die auf der Yamato schon Anwendung fanden und man kann das auch irgendwie teilweise so ein bisschen erkennen. Ich finde hier gerade das gebogene Deck hier oben, was hier so rausguckt, das ist irgendwie ja schon so ein bisschen Yamato-ähnlich, sage ich jetzt mal. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Aber gut. Aktuell ist dieser T9 Premium Dampfer für eine Million Free XP im Ingame im Forschungsbaum zu haben oder eben im Store für 65,67 Euro. Zumindest ruft das Wargaming dafür auf. Das ist natürlich Stand heute der 6.04.2019. Wie ist dieses Schiff jetzt hier ins Spiel integriert worden? Und wir wollen das natürlich vergleichen. Und zwar, was bietet sich da nicht besser an als die USS Alaska himself? Die ist ja nur selbst vor drei, vier Wochen erst ins Spiel hier integriert worden. Also, Überlebensfähigkeit ist mit 58.350 Punkten angegeben und 22% Torpedo-Schadensverringerung. Die Werte von den Trefferpunkten her sind schlechter als bei der Alaska. Die hat nämlich 60.800. Die Torpedo-Schadensverringerung ist genau, ja, fast 10% besser, also 9% genau besser, aber ist nicht die beste für die schweren oder Schlachtkreuzer auf der Tierstufe 9. Es gibt ja dann auch einen dritten auf der gleichen Tierstufe, die Kronstadt. Die hat eine deutlich bessere Torpedo-Schadensverringerung. Damit liegt die Azuma so ziemlich genau in der Mitte. Gucken wir uns kurz die Panzerungsanordnung an. Wir haben hier einen komplett umzogenen Kreuzer, der 25 mm Panzerung hat vorne am Bug, das Deck und hier an den Seiten und natürlich auch die Achterpanzerung ist ganz genauso. Von daher haben wir da schon mal eine Riesenproblematik und zwar zum einen overmatched. Ab 358 mm Granatenkaliber werdet ihr eben overmatched. Der Aufprallwinkel der Granate wird ignoriert und durchdringt auf jeden Fall immer eure Panzerung. Also Penetration findet mindestens statt. Ob dann die Zitadelle oder nicht, das hängt dann halt von dem Schuss ab. Und nächster Punkt ist 152 mm HE Granaten, die auf euch niederprasseln. Das ist ja in der Tierstufe durchaus üblich. Die Wusterhaseuche zum Beispiel. Ihr kommt ja auch mal T7-Gefechte, da hat die Abrusi welche. Und in der Regel sind diese Schiffe auch mit IFHE ausgestattet. Und diese IFHE geskillten 152 mm Kanonen, die können eure Panzerung penetrieren. Wenn ihr 152 mm Schiffsgegner habt, die IFHE nicht geskillt haben, seid ihr gerade noch safe. Es sei denn, ihr habt eben Schiffe, die HE Granaten haben, die ein Viertel Pen haben. Wie zum Beispiel die deutschen Kreuzer. Ja. Die können dann euch hier auch ordentlich einheizen. Ja, also ist auf jeden Fall sehr anstrengend, kann man gleich so sagen. Man nimmt relativ schnell viel Schaden. Man muss hier definitiv auf große Distanz operieren. Wenn wir uns jetzt hier das äußere Kleid wegnehmen, dann haben wir hier, wie gesagt, 25 mm. Und dann nehmen wir das weg. Und dann habt ihr hier 178 mm Zitadellenpanzerung. Die guckt auch aus dem Wasser raus. Hier ist die Wasserlinie. Ja, das heißt, ihr habt 203 mm Panzerung, die ihr dem Gegner quasi entgegenreckt, wenn er euch beschießt. Ich gehe mal davon aus, also, das ist euch bewusst, Schlachtschiffe werden euch immer penetrieren. Aus sozusagen jeder Distanz. Interessant ist es dann, wie das mit der Desmo aussieht. Ja, die schweren Kreuzer, die dann im Spiel sind. Die Desmo schafft das nämlich schon ab 14,6 km. Wenn ihr Breitseite steht und genau hier trifft, dann kann die euch direkt da penetrieren. Wie gesagt, 14,6 km, das ist schon eine große Distanz. Nächster Punkt, Rhone, 12,5 km und die New Orleans, 11,8 km. Aus den Distanzen ist die Azuma für diese Schiffe zu Zitadellen. Ich kann jetzt noch mehr aufführen, ich will es aber jetzt ewig lang machen. Also dazu als gruber Richtwert. In dem Sinne ist die Azuma auf jeden Fall weicher als die Alaska. Die Alaska hat hier einen Überzug von 27 mm und ist damit erst overmatch-anfällig ab 387 mm. Und das ist dann schon mal ein großer Unterschied. Weil durch die Azuma gehen auch Tippets und Bismarck-Kaliber eben einfach so mit overmatch durch. Durch eine Alaska zum Beispiel nicht. Da müssen dann schon eben 406 mm benutzt werden. Das ist ja das Regelkaliber, sag ich jetzt mal. Was dann da verschossen werden muss, damit man da eben bei der Alaska im overmatch sitzt. Gut, das ist das, was wir zur Überlebensfähigkeit kurz sagen wollten. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Das ist dann die Artillerie. Und da wird es dann wieder ein bisschen komplexer. Wir haben hier verteilt zwei Türme vorne, ein Turm hinten. Jeweils drei Rohre, 310 mm Kaliber. Wir haben eine Nachleihzeit von 20 Sekunden. Dauer für 180 Grad kehre ist 36 Sekunden lang. Kampfreichweite 19,1 Kilometer. Damit seid ihr 100 Meter weiter als bei der Alaska. Außerdem hat die Alaska ein 5 mm kleineres Kaliber. Also 305 mm. Hier sind es eben 310. Die Nachleihzeit ist genauso lang. Und die Dauer für die Kehre ist ebenfalls gleich lang. Der Sigma-Wert ist bei beiden Schiffen auch identisch mit 2,05. Die Streuung ist bei der Azuma aber besser. Und zwar haben wir hier 196 Meter, während die Alaska 207 Meter hat. Wenn man das jetzt mal umrechnet, Streuung pro Kilometer Schussweite hat die Azuma 10,26 und die Alaska 10,89. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, nur rein mathematischer Wert. Beide haben eine Kreuzerstreuung, aber sie haben halt, ja, die unterscheiden sich halt am Ende dann doch in dem Bereich, dass die Streuung bei der Alaska eben größer ist. So, nächster Punkt geht dann weiter, die HE-Granate. Das ist einer der großen Pluspunkte der Azuma. 5.100 Alpha-Damage-Punkte bei 27% Brandwahrscheinlichkeit. Ein Sechstel-Penetration der Granate. Und dann kommt es. Ziemlich direkter Schuss. 836 Meter die Sekunde ist schneller als das, was die Alaska kann und 51 Millimeter Penetration. Ja, die Alaska, die hat 4.300 Punkte. Das heißt, da sind 800 Punkte Unterschied. Der Rest ist eigentlich soweit gleich. Die Penetration mit 50 Millimeter und die Mündungsgeschwindigkeit ist langsamer mit 808 Meter die Sekunde. Die AP-Granate ist dann bei der Azuma wieder schlechter. 8.650 Punkte ist der Alpha-Wert. Die Alaska hat 8.900. Und das Projektil ist viel, viel schneller bei der Azuma. 836 Meter ist genauso schnell wie die HE-Granate. Das Projektil bei der Alaska mit 762 Meter die Sekunde sorgt für einen viel, viel größeren Schussbogen. Also die Granate fliegt nicht so direkt zum Gegner, sondern geht erstmal in die Mondumlaufbahn oder Erdumlaufbahn und landet dann beim Gegner. So könnte man das sagen. Ein Nachteil ist für die Azuma, dass sie nur Standardabprallwinkel hat. Also 0 bis 30 Grad gibt es immer Abpraller. 30 bis 45 Grad ist eine Chance auf Abpraller. Die Alaska ist da sehr stark im Vorteil, denn sie hat garantierte Abpraller nur bis 22,5 Grad. Und die Chance auf Abpraller dann von 22,5 bis 30 Grad. Das heißt, da sind bis zu 15 Grad Vorteile drin. Und das versetzt die Alaska dann doch in eine sehr, sehr starke oder bringt die Alaska zu einem sehr starken Punkt, zu einem sehr starken Schiff. Die AP-Granate ist eh schon stärker vom Alpha Damage her. Also wow, kann ich da nur sagen. Kommen wir ganz kurz zu dem Zündverzöger und der Penetration, die notwendig ist, damit die AP-Granate überhaupt scharf wird. Die ist bei beiden Schiffen komplett identisch. Ihr müsst mindestens 51 Millimeter Panzerung penetriert haben. Dann setzt sich der Zeitzünder in Gang, der Zeitversatz, nämlich 0,033 Sekunden. Nachdem 51 Millimeter penetriert wurden, sprengt dann die Granate. Und ja, entweder ist es dann noch im Schiffchen oder eben schon durchgeflogen. Welche Millimeterzahlen könnt ihr penetrieren? Das habe ich euch auch mal ein bisschen aufgeschüsselt. Auf 19 Kilometer zuerst kommt immer die Azuma und danach kommt die Alaska. 339 zu 306. 15 Kilometer, 300 Runde, 82 Millimeter zu 351 Millimeter. Bei 10 Kilometern sind es 448 zu 425. Und bei 5 Kilometer könnt ihr 529 Millimeter penetrieren zu 520. Das heißt, die Azuma hat, obwohl sie einen schlechteren Alpha-Wert hat, aber die größte Penetrationskraft, das liegt wahrscheinlich auch am Kaliber, dass sie eben hier 5 Millimeter stärker ist. So, nachdem wir mit der Artillerie soweit fertig sind, kann man zur Flugabwehr kommen. Die Flugabwehr ist schlechter als bei der Alaska, das kann man gleich vorweg sagen. Wir haben hier nur Kurzstrecken- und Langstreckenflugabwehr. Die Anzahl der Explosionen ist geringer. Der durchschnittliche Schaden der Ringe ist auch geringer. Die Verstärkung der Flugabwehrsektoren und der Sektorwechsel ist komplett soweit identisch. Ja, ihr habt bei der Alaska eben 15 Explosionen, die ihr machen könnt, wenn ihr zusammenrechnet. Die Langstreckenflag hat 5 Explosionen, die Mittelstreckenflag hat 10 Explosionen. Und bei der Azuma ist es eben so, dass die Langstreckenflag schon bei 1,9 Kilometer bis 5,8 Kilometer anfängt. Das heißt, ihr habt konstant zwar 8 Explosionen, aber bei der Alaska kann sich das ja so ein bisschen dann doppeln, sozusagen. Man muss durch den einen Ring durch und danach kommt dann der nächste Ring. Und da gibt es dann auch noch, wie gesagt, mehr Explosionen. Auf der Mittelstreckenflag hat die Alaska 10. Ihr habt, wie gesagt, auch in dem Bereich sozusagen auch trotzdem immer nur 8. Das ist also schon ein bisschen problematisch für den Kapitän, der im Flugzeug sitzt, relativ leicht ausrechenbar. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Die Werte im Spiel unterscheiden sich nur geringfühlig 64 zu 68. Nichtsdestotrotz, ich finde definitiv die Alaska als stärkere Schiff, auch wenn beide Schiffe defensiv mit Flakfeuer haben. So, und dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Manövrierbarkeit, wir haben hier 34 Knoten, 920 Meter ist der Wendekreisradius, Ruderstellzeit 13,9 Sekunden. Bei der Alaska haben wir 33 Knoten, 850 Meter Wendekreis und 13 Sekunden Ruderstellzeit. Das heißt, die Alaska ist zwar nicht ganz so schnell, ist aber ein Ticken fändiger, weil sie einfach weniger Radius braucht und weniger Zeit, bis das Ruder komplett gestellt ist. Die Verborgenheit ist dann wieder ein bisschen mehr pro Art Zuma. Sichtbarkeit zu Wasser 15,1 zu 15,5 bei der Alaska. Sichtbarkeit zur Luft ist 10,7 zu 9,7 bei der Alaska. Da ist die Alaska leicht im Vorteil. Und wenn ihr aus dem Nebel schießt, geht ihr 11,7 Kilometer weit auf die Alaska 12,1. Geht natürlich immer nur, wenn ihr die Hauptgeschütze benutzt. Die Sekundärgeschütze zählen da eben nicht mit rein, genauso wie die Flak. Gut, das sind die Werte, die man jetzt hier schon mal so anbringen kann. Und jetzt schauen wir uns die Module an. Wir haben hier die Verbrauchsmaterialien schon mal aufgerufen. Wir haben Schadensbegrenzungsteam, 1 oder 2. 5 Sekunden aktiv, 60 Sekunden ist die Ladezeit oder eben 90 Sekunden in der Standardverbrauchsmaterialien benutzt. Ich gehe jetzt hier nur noch auf die Premiumverbrauchsmaterialien an. Ihr fahrt ein Premiumschiff. Ihr verdient immer genug Kohle, um euch die Premiumverbrauchsmaterialien zu sichern. Und damit auch länger im Gefecht bleiben zu können, wo die Cooldowns geringer und die Aufladung einfach höher sind. Defensive Flakfeuer hat dann hier 40 Sekunden Wirkungsdauer, erhöht den durchschnittlichen Schaden pro Sekunde. Und den Schaden bei der Flugabwehr-Explosion jeweils um 100%. 80 Sekunden Ladezeit, 3 Aufladungen. Und bei der Hydroakustik Ortung von Torpedos, 3,5 Kilometer, Schiffe 5 Kilometer. Wirkungsdauer 100 Sekunden. Und ihr habt das Ding dann 2 Minuten aktiv. Anzahl der Ladungen sind 3. Wie gesagt, beim Standardverbrauchsmaterial immer längere Ladezeit und weniger Aufladung. Bei Slot 3 gibt es einen großen Unterschied zu Alaska. Die Alaska hat hier nämlich jetzt zum Beispiel noch einen Jägerfahrrad und einen Überwachungsradar. Und die Azuma hat hier nur ein Aufklärungsflugzeug, was doch recht schade ist. Feuerreichweite wird dann um 20% erhöht. Was ganz ordentlich ist. Also 3,8 Kilometer weit schießen ist dann schon spürbar. Und kann sicherlich helfen in der einen oder anderen Situation. Es hier auch 240 Sekunden braucht man, bis das wieder zu nutzen ist. Und man hat eben 4 Aufladungen. Dann kommen wir zur Reparaturmannschaft, die nicht in der Sache der Trefferpunkte besonders ist. Aber man hat hier eine relativ geringe Ladezeit. Wir haben hier 28 Sekunden, ist die ganze Geschichte aktiv. 291 Punkte werden hergestellt. Gesamttrefferpunkte, die wieder hergestellt werden können, in einem Zyklus. Im Optimalfall 8148. Wenn ihr nachher die India-Delta-Flagge drauf habt, dann könnt ihr nochmal eine ganze Ecke mehr drauf packen. Das sind nämlich 9800 Punkte, die ihr dann herstellen könnt. Also, ja, das ist schon mal eine ganz ordentliche Geschichte. Dann gibt es die Ladezeit, hatte ich glaube ich schon gesagt. 40 Sekunden dauert es, bis ihr das wieder verwenden könnt. Und ihr habt hier 4 Aufladungen. Jetzt kommen wir zu den Verbesserungen, die ihr in den Dampfer einbauen könnt. Ich empfehle für diese Chiff, ihr kriegt es ja vielleicht, ihr könnt es ja schon erahnen, für diese Chiff zwei Sachen. Das ist ihre Stärke. Ihr könnt gut auf Distanz kämpfen, weil ihr relativ genau schießt. Und ihr müsst auch auf Distanz kämpfen, weil ihr relativ weich seid. Ihr habt eine sehr, sehr gute HE-Granate. Und die solltet ihr vorrangig einsetzen. Im Verlauf des Kampfes führt es in der Regel immer dazu, dass die Kämpfe ein bisschen näher, ein bisschen closer werden. Und dann kann man gut auch auf Kreuzern gut Schaden machen. Den könnt ihr übrigens auch schon aus Distanz. Das ist bloß schwerer, die Kreuzer dann zu treffen, weil sie doch eine ganze Ecke wendiger sind. Auch die AP-Granate ist ziemlich, ziemlich gut. Aber wie gesagt, es ist ein Distanzkämpfer. Und ihr dürft nicht in den Fokus geraten. Wenn ihr in den Fokus gerät, dann müsst ihr eben dafür sorgen, dass ihr möglichst lange im Kampf überlebt. Es werden wahrscheinlich auch regelmäßig Schiffe mit HE auf euch schießen, solche Sachen. Und deswegen machen wir hier ein Survive-Bild rein. Hauptbewahrungsmodifikation 1, da gibt es keine Alternative. Außer eventuell einen Aufklärungsflieger, den man da verlängern kann. Würde ich jetzt persönlich aber nicht machen. Ja, deswegen Risiko des Ausfalls der Hauptbatterie wird minimieren. Der Ikea-Torpedowerfer habt ihr ja an dem Dampfer nicht. So, dann geht es in Slot 2. Schadensbegrenze Systemmodifikation 1, ganz klar. Weniger Langbrennen, weniger Flutung. Also weniger Wahrscheinlichkeit der Flutung. Risiko des Brandes und Risiko des Wassereinbruchs minimiert. Dann haben wir in Slot 3. Da könnt ihr zwei verschiedene Varianten machen. Die sinnvollste ist hier Systemmodifikation, um einfach nochmals genauer zu schießen. Von 196 Meter vertikale Streuung auf, äh, horizontale Streuung, Entschuldigung, nicht vertikale, auf 183 Meter. Alternativ dazu, wenn euch die Streuung so und so passt, dann könnt ihr die Flak-Modifikation einbauen, um nochmal zwei Explosionen zusätzlich reinzukriegen. Macht den Kohl nicht fett, aber wie gesagt, ist nur eine Option, die man hier mit erwähnen an oder die erwähnen möchte. So, in Slot 4 kommen wir dann, wenn ihr klassisch bauen wollt, hier natürlich um das Schadensbegrenze Systemmodifikation 2 nicht rum. Die euch einfach schneller Brände löschen lässt und natürlich auch die Wassereinbrüche schneller bekämpft. Alternativ dazu könnte man, wenn man das Schiff nachher beherrscht oder sagt, okay, ich möchte mal was anderes probieren, hier die Steuergetriebe-Modifikation einbauen, um, äh, ja, einfach das Schiffchen schneller, ähm, in andere Richtungen stellen zu können. Und, ähm, das ist eigentlich die einzige Option, die man hier noch hat. Man sollte mit dem Schiff nicht stehen in der Regel oder, wenn denn, hinterm Berg, äh, wo ihr aber drüberschießen könnt aus, äh, um irgendwelchen Gründen, ähm, damit ihr einfach machen könnt. Hinterm Berg, ja, durch den flachen Schusswinkel ist das dann schon eine Herausforderung. Dann gibt's, äh, Slot 5, da würde ich hier erstmal die Tarnsystemmodifikation empfehlen, um weiter runterzukommen mit der Sichtbarkeit. Die landet dann bei ganz knapp über 11 Kilometer, wenn ihr alles auf Tarnung baut. Äh, ihr könntet, also das wäre meine Top-Empfehlung, äh, Tarnsystemmodifikation, gerade für, äh, Leute, die, äh, nicht so gerne experimentieren. Aber wenn ihr experimentieren wollt, dann könntet ihr hier auch die Steuergetriebe-Modifikation 3 einbauen, die euch 40% auf die Ruderstellzeit gibt und dann seid ihr schon unter 10 Sekunden Ruderstellzeit. Und wenn ihr vorne noch experimentierfreudiger seid und da auch noch die Steuergetriebe-Modifikation einbaut, dann landet ihr bei einer Ruderstellzeit von 6,7 Sekunden auf dem schweren Kreuzer. Ähm, und ihr geht nur, wenn ihr den Kapitän auf Tarnung gebaut habt, mit der Tarnung, die ihr lackieren könnt, 13 Kilometer auf. Oder 13,2 sind es, glaube ich, ganz genau. Das ist also durchaus eine Überlegung wert, da mal so ein bisschen hin und her zu bauen. Und jetzt gerade, also heute am 6.4. ist jetzt zum Beispiel noch, ähm, ja, kostenlos die Kapitäne umzuschulen. Ich glaube, bis 8.4. geht das noch. Von daher ist vielleicht eine Überlegung wert. Ähm, ich baue jetzt hier erstmal die Tarnsystem-Modifikation ein, damit man eben mit der Sichtbarkeit arbeitet, ne. Man bringt euch halt in die Situation, ihr könnt von Distanz schießen, dann geht ihr eben auf, werdet möglicherweise beschossen, schießt dann nicht, lasst euch wieder zugehen, könnt euch aus dem Gefecht zurückziehen. Wenn ihr fokussiert werdet, wenn ihr nicht fokussiert werdet, könnt ihr einfach weiterschießen. In Slot 6 kommt dann ganz klar die Hauptbatteriemodifikation rein, um die Ladezeit runterzubekommen. Dadurch habt ihr einen Malus auf die Turmdrehzeit, das heißt, sie sind jetzt nicht mehr bei 36, sondern bei 41,4 Sekunden. Aber die Ladezeit hat sich um 2,4 Sekunden verringert und ihr schießt jetzt alle 17,6 Sekunden. Das ist schon cool. Und wir können nämlich dagegen auch was tun, wenn wir den richtigen Kapitän, wenn wir den Kapitän dann richtig skillen oder den richtigen Kapitän eingesetzt haben. Ich möchte aber vorher noch auf die Signalflaggen eingehen und die Tarnung, die ihr für das Schiff hier bekommt. Ihr habt ja natürlich eine ganz normale Typ 10 Azuma-Tarnung, die die Standardwerte hat, minus 3% Erkennbarkeit zu Wasser. Die Streuung der Granaten vom Gegner wird um 4% erhöht. Die Schiffswartungskosten um 20% reduziert und die E-Gefecht, die ihr verdient, um 100% erhöht. Ich nehme hier die grüne Auswahlmodul, das ist also silber-grün. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr den Feldzug eben vollendet habt. So, Signale. Welche sind wichtig? Die wichtigsten zuerst, meiner Meinung nach Sierra Mike, um die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes noch weiter zu pushen. Auf 35,7 Knoten. Dann der nächste Punkt ist ganz klar, India Delta. Ihr habt eine Reparaturmannschaft. Ihr müsst natürlich zusehen, dass er davon möglichst stark profitiert. Und das macht er mit der in der Delta-Flagge. Dann müsst ihr zusehen, dass er möglichst kurz brennt. Das werdet ihr wahrscheinlich aber relativ häufig tun, weil ihr eben mit E-Gefe gut zu penetrieren seid. Das wissen auch die Gegner. Das geht jetzt nach meinem Video hier. Zeit für die Brandbekämpfung um 20% reduziert. Das heißt, das wird immer weniger. Und eins müsst ihr euch ja im Hinterkopf behalten. Es ist ein Schlachtkreuzer. Das heißt, ihr habt hier die Branddauer und die Flütungsdauer eines Schlachtschiffs. Ja, das ist eigentlich ganz entscheidend. Ihr brennt länger als ein Kreuzer. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr hier auf jeden Fall die Branddauer, die Zeit für die Brandbekämpfung auf jeden Fall weiter unterskillt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Julia Charlie, ihr habt eine dünne Außenhaut. Da sollte man zusehen, dass ihr eventuell die Magazin-Detonation mal außen vorlässt. Deswegen die Flagge. Und dann als nächstes kommen dann India X-Ray, um die Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und natürlich Viktor Lima, um die Brandwahrscheinlichkeit nochmal zu erhöhen. Und zu guter Letzt könnt ihr eure Flagge nochmal einen Ticken verbessern. Und dann sind wir hier bei 7 von 8 Signalen. Und den Rest könnt ihr danach gut dünken. Einsetzen, wie ihr das eben möchtet. Also hier Torpedoschaden, die Schicht, das bringt alles nichts. Ihr habt jetzt hier noch eine Chance, was ökonomische zu skillen, meiner Meinung nach. Oder ihr baut hier vorne dann eben noch November Foxtrot ein, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien zu verkürzen. Das ist sicherlich noch die sinnvollste Variante, die ihr mit einbauen könnt. So, und jetzt sind wir einmal durch das Äußere durch und kommen dann jetzt zum Kapitän. Und der Kapitän, der weigert sich gerade. Jetzt kommt er. Da ist er. Taro Nishi. Der soll auf diese Shift gesetzt werden. Der Client ist heute ein bisschen langsam. So, die Skillung, die ich jetzt hier drin habe, ist nicht meine Skillung. Deswegen gehe ich jetzt darauf ein, wie ich diesen Kapitän skillen würde, wenn ich 10 Skillpunkte habe. Zuerst würde ich hier ganz klar auf vorrangiges Ziel gehen. Und wenn ihr vorrangiges Ziel geskillt habt, dann ganz klar auf Elite-Schütze. Wenn ihr das Schiff so gebaut habt, wie ich es da vorne empfohlen habe, dann müsst ihr zusehen, dass er die Turmdrehzeit wieder runter bekommt, wann er in 41 Sekunden. Und dann ist Elite-Schütze dafür gut geeignet. Wer Yamamoto Isoruku hat, der kann damit sogar noch mehr erreichen, weil der Kapitän natürlich einen bevorzugten Vorteil hat bei der Turmdrehgeschwindigkeit. Und damit sogar noch besser wird, dass ihr sogar unter diese 36 Sekunden wiederkommen könnt. In Slot 3 würde ich, wenn es, wie gesagt, ein 10er Kapitän ist, dann zuerst hier Grundlagen der Überlebensfähigkeit skillen und in Slot 4 zuerst den Tarnungsmeister. Wenn ihr dann weitere Skillpunkte verfügbar habt, dann, ich fange jetzt nochmal weiter oben wieder quasi an, dann gibt es hier Adrenalin raus, das hat ganz klar in diesen Kreuzer gehört. Und dann habt ihr hier in der mittleren Reihe zwei Optionen. Entweder Sprengmeister, um weiter besser anzünden zu können und eure Brandwahrscheinlichkeit dann über 30% zu pushen. Oder eben, ihr wollt mehr Verbrauchsmaterial haben, dann den Inspekteur. Müsst ihr selber wissen, was euch lieber liegt, ob ihr den Sprengmeister reindrücken wollt oder eben den Inspekteur. Ja, der Inspekteur scheint mir von der Effizienz vielleicht noch ein bisschen besser zu sein, weil Sprengmeister immer ein bisschen RNG getriggert ist. Nichtsdestotrotz, der Kollege hier hat sich auf jeden Fall für den Sprengmeister entschieden. Und dann in dem unteren Bereich natürlich Brandschutz, damit ihr weniger häufig brennt und wenn ihr brennt, dann weniger Brandquellen auf dem Schiff habt. So, und dann haben wir eigentlich 19 Punkte vergeben. Das heißt, ja, ich habe euch noch zwei Optionen mit an die Hand gegeben, die hier Sinn machen. Von daher müsst ihr dann, ja, euch überlegen, wie ihr das machen möchtet. So, und jetzt sind wir komplett einmal durch das ganze Schiffchen durchgegangen. Und jetzt kommen wir zu den Pro und Contras bei dem Dampfer. Also, was richtig geil bei dem Dampfer ist, ist die starke HE-Granate. Also, die erinnert mich wirklich, das wirkt so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, wie ein Conquerra Plus bei den Japanern und als ein halbes Kreuzer-Gefühl. Die ist wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr effizient und in Verbindung mit der kurzen Nachleihzeit bei der Hauptbatterie kann man damit richtig böse Aua machen und auch regelmäßig Brände legen. Also, ich habe mich jetzt nicht sehr schwer getan, mit dieser Skillung Brände zu legen auf anderen Schiffen. Das, was auch richtig cool ist, ist hier, dass man die Erkennbarkeit so weit runter skillen kann. Und, ähm, ja, der relativ gute Torpedoschutz mit 22%, den finde ich eigentlich auch ganz angenehm, wenn man denn mal auf Torpedos trifft. Man hält sich ja doch eher zurück bei dem Dampfer. Ähm, was auch basisch ist, ist die AP-Granate, auch wenn sie von dem Alpha-Damage her ein bisschen geringer ist als bei der Alaska und nicht die guten Winkel hat, ist sie trotzdem richtig eingesetzt. Ähm, wirklich genial, vor allem auf Kreuzer macht man doch relativ selten Overmatch. Äh, beziehungsweise Overpens. Und, ähm, ja, deswegen habe ich die jetzt mal noch auf die Pro-Seite geschrieben. Auf die Con-Seite, also auf die Contra-Seite, ähm, habe ich so geschrieben, dass sie halt schlecht gepanzert ist. Sie ist anfällig für jeglichen Beschuss, ob nur kleine Kaliber HE oder dann halt große Kaliber AP. Äh, man muss halt wirklich gut zusehen, dass man da, ähm, ja, irgendwie dem entgegenwirkt. Wie gesagt, darum geht auch der Survive-Bild. Und, äh, dann halt gut ausweichen kann. Dann die langsame Turmdrehzeit, ähm, die, ähm, allgemein natürlich jetzt auch so geskillt ist, ein Stück weit. Ähm, ja, ich würde sie mir ein bisschen schneller wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann riesengroßes Manko, meiner Meinung nach, sie hat gar keine Torpedos, das passt überhaupt nicht zu den Japanern. Ja, ähm, aber da ist ja noch ein bisschen Land in Sicht oder, ähm, ja, in der Zukunft zumindest soll es ja noch eine zweite Variante von der Azuma geben. Also, die heißt ja nicht Azuma, sondern Yoshino. Und, äh, die soll sehr ähnliche Werte haben, also aus der Azuma aufbauen. Und dann soll es ja links und rechts noch Torpedowerfer geben. Ähm, dann hat es natürlich, äh, als Nachteil, äh, das Schiffchen, dass ihr Tier die Brand, äh, Dauer der Schlachtschiffe gibt. Und die Flak ist, äh, ja, definitiv schlechter als die bei der Alaska. Das ist mein Gefühl und das, was ich auch so beobachtet habe und die Werte untermauern hat. Mein Fazit, sollte man sich die Azuma holen oder nicht? Ihr kennt mein Spruch, wer Schiffe sammelt, der überlegt da gar nicht groß, ob man sich die holt oder nicht. Ähm, wer die Sachen ein bisschen sinnvoll einsetzen möchte, ja, der muss überlegen. Habt ihr nur Free XP, sammelt ihr Free XP und, ähm, sammelt keine Kohle oder habt keine Kohle oder wie auch immer, wollt die Kohle nicht ausgeben oder habt da ein Schiff im Sinn, was nichts mit der Azuma zu tun hat oder Yoshino, dann solltet ihr, äh, die Azuma euch holen. Die ist, äh, anstrengender, definitiv, aber sie kann eine Menge Spaß machen, richtig eingesetzt. Als Fernkampfschiff, über große Distanzen, äh, arbeiten, sich am Anfang des Gefechts zurückhalten und, äh, ein bisschen beobachten, möglicherweise eine interessante Stellung bekommen, wo man sagen kann, ich kann da rüberschießen, ähm, also einfach, wenn man durch Nebel oder durch, äh, ähm, eben Inseln, mit genügend Distanz zwischen dem Schiff und der Insel, so verdeckt ist, dass man drüber schießen kann, aber man selber nicht entdeckt wird. All so Sachen, das muss so eine Azuma ausnutzen und später so ein richtig schöner Flankierer sein, äh, die, ähm, dann halt einfach mit HE da raufbratzt auf dem Schiff, was ewig weit weg ist, möglicherweise, ja, also zum Beispiel mit HE, ne, kommt immer auf die Situation drauf an, beides ist nicht schlecht bei der Azuma. Ähm, ähm, das ist so das, was man machen sollte. Wenn ihr aber sagt, ihr habt Kohle und ihr wollt, äh, Kohle einsetzen, ähm, dann würde ich ehrlich gesagt darauf warten, wie die Yoshino sich entwickelt und die im Supertest und bei uns auf der Facebook-Seite kann man das ja auch. Ihr wird ja immer, äh, ja, informiert über alle Änderungen, die es dann so da so gibt, äh, in Deutsch natürlich. Und, ähm, ja, da würde ich drauf warten, weil am Ende ist die Yoshino ein Schiff, was auf die Azuma aufbaut, ähm, und sogar Torpedowerfer hat, und zwar zwei Stück an jeder Seite, aktuell im Supertest zumindest 12 Kilometer Reichweite. Müssen wir dann sehen, ob das so bleibt, aber das wäre meine Aussage. Die Azuma macht mir Spaß, die Yoshino kann noch mehr Spaß machen. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. So, jetzt hoffe ich, dass ich an alles gedacht habe, äh, euch hiermit auf den Weg zu geben. Und, ja, wenn dem so ist und, äh, ihr das Video toll fandet, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, das bedeutet mir immer sehr viel. Und, ja, wenn ihr das Video das erste Mal seht und uns noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und halt auch eine Weiterempfehlung von euch an eure Freunde, die uns vielleicht noch nicht kennen, ähm, das, äh, hilft immer sehr. Ja, solltet ihr noch Fragen haben, Hinweise haben, die in dem Video vielleicht nicht, was in dem Video nicht richtig gelaufen ist oder, ähm, einfach so, ähm, Erfahrungsaustausch betreiben wollt zu eurer Erfahrung mit der Azuma, dann gerne in die Kommentare damit unter diesem Video lade ich euch sehr herzlich zu ein. Und jetzt schließe ich dieses Video und sage danke für eure Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf dem Seacrauts-Kanal. Haut rein, ciao, ciao! Seacrauts